Heute sehen wir weiter mit Tim und Santa! What? Yo, was geht? Erstmal klatschen. Yeah! Es geht wieder weiter. Yeah! Und wir haben ein Rattian komplettes Anzug. Genau. Und mein kleiner Schießer auch. Sieht ja nicht mit Zaubern aus. Sieht ja nicht mit Zaubern aus? Ach, wie schön. So, aber wir müssen jetzt wieder eine Quest machen und ich wollte den Gyros machen, oder? Aber das ist nicht eine Option. Nalle, oder? Ne, da steht nix, ne? Hauptquests haben wir erstmal gar keine. Oder, hey. Rede mit der Meisterin. Ach so. Das war das da. Mhm. Mhm. Ja, aber ich wollte optional... ...nicht das da... Ah... ...hier ihn machen. Ein Großgloss. Aber wir ihn auch nicht hatten. Das hatte ich mir so gedacht. Hm, komm, wir auch mal. Komm, wir auch mal. Komm. Ein verweste Sache. Das machen wir mal. Dann gehen wir mal zur dritten Flotte. So. Alles klar. Wir haben schönes Kleidchen an. Gefällt mir die... ...die Ratjan-Kleider. Oder Outfit. So. Das Mauer. So, es ist jetzt ein bisschen lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube, das letzte Mal war vor zwei Wochen. Vor drei Wochen sogar. Ich muss schon wieder rein empfinden. So. Einfach alles mitnehmen. Verkaufen wir eh so. So. Er war ja... Ja, da war hier. Auf jeden Fall. Ja, wir müssen sowieso hier. So. Alter, was? Alter, was? Oh. Was ist das denn? Alter, wo? Urugan oder was? Roboban. Alter. Der hat mir sogar geschahen gemacht. Ohne, dass er irgendwas gemerkt hatte. Das wird jetzt teurer. Tschüssi. Häy. Alter. Heftiges Vieh, ne? ich weiß es gar nicht genau das versteck von ihm war was würden die kreuze ja oder was bin oder schon ein bisschen lange her was war das denn es war noch nicht hier zu einer abzweigung muss so wo altes fossil da ist er doch wir haben uns gar nicht seine kinder dabei ist so ähnlich wie die anderen dinge nein es kommt eine robo bahn nein loslassen ich habe das Gefühl es ist wohl auf der suche nach seiner normalzeit Was geht denn hier ab? Och, nö. Au, hua. Also, ich ziehe das gar nicht ab, oder? Oh, oh. Nein. Okay, okay. Du, kleiner Bastard. Nö. Nein, das kommt der auch noch. Deck da. Geht mal her. So. Deshalb wird's... Nö, ja. Oder lässer Viehladen. Wie ging? Wo war ein Ding, ganz? Dieses eine... Ich hab's gesehen, hat sie... Ist der auch da lang? Hat sie gemacht? Da ist er doch. Ah, Ruhe. Na, warte. Boah, Alter, aber wir müssen schon irgendwie wissen. Boah, heftig. Oh, warte. Oh. Nice. Er spuckt sogar. Oh. Na, ein paar Geos-Dinger. Versprung mal nie. Ah, oh. Fack mich doch nicht ab. Kann sein, verpackt mich nicht ab. So. Erklärt mich nicht. Da ist er, der Pisser. Wo ist der? Warte. Warte. Nix. Aua. Dreckig. Yes. Komm. Letzermann. Baah. Ja. Ja. Äh. Äh. Schönen. Mein Verwäste und Hassler. Ich weiß auch, was die Verwästen anders sind. Schuppe, Schuppe. Mein Gott. Boah, langweiler, ey. Nur Schuppe. Hat er liegen lassen? Achso, wir haben voll. Wie lange sterben, ey, da wird sich verarschen. Ja, das war ja schnell, ne? Ja, der Nixe. Das war nicht schnell. Ah ja. Das war ja. Das ging aus Lämmen, wollte, gooski oder Saison. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Tom. So, da gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken. Ah, okay. Alles mal gucken. Zum einen war ich das hier. So, dann das hier. Das hier. Ah, nee, warte. Ich muss auffüllen. Ah, okay, das Automat steigt. Mit dem Knopf. Ah, verkaufen könnte man auch nur. Warte. Und zwar. Hier die Scheiße. Boah, eben echt viel cooler, ey. Cooler. Coolee. So. Ich sag, es ist ein zu viel, aber wegen meiner Taktik geht das ganz gut. Gut, dass ich kein Waffentyp bin, äh, Pistolentyp bin. Also hier so, Fernkampf meine ich. Was hat denn, der ein Angebot? Ja, ja, ja. Ich glaub, die Waffe war noch gar nicht von... ...partieren, ne? Was soll ich herstellen? So, was hat... Ich find das blöd, dass es nicht bei Waffen so ist, gemacht ist. Das ist ein bisschen dämlich. An der Nase, ey. Achso, die Hammer, ne? No. Bahn? Ist ein Bahn. Ach, Radu Bahn. Achso. Ach, krass. Wie sieht das denn aus? Sieht aus wie sie... Äh... Wie so ein... Ah, wie nennt man den Power Ranger? Genau. Power Ranger. Wie die dann gucken, Alter, sieht ja gar nix. Ähm... Wir sind hier, Rathian. Hey. Oh, und das ist die... Boah, das sieht geil aus. Boah, das sieht geil aus. Boah, nice. Äh, hey, ratieren. Da. Achso. Aber meine Ratieren ist aber besser. Und uns fehlt nur zwei Sachen, okay. Ja, mal steig mal offline. Äh... Ja, jetzt nicht nach dem Part, aber nach dem nächsten Part. Ähm... Ja, die... Sieht auch nicht schlecht aus, aber... Meine ist besser, wahr? Jetzt überhalte ich die einfach mal an. Jo. Talisman. Achso. Ja. Ein paar Liko-Ausrüstungen. Wie sieht die aus? Ja, bei ihm habe ich alles mit Ratieren, ja? Hat er los? Boah. Vorhin nicht übertrieben. Ja, aber Giros hat er nicht. Okay. Was? Ah ja, stimmt. Das habe ich schon mal gezeigt. Was mit dem Schwert? Anja, naas. Boah, auch nicht schlecht. Goose Giros. Schwert. Aber weniger, ne? 1,96 habe ich. Was? Hmm. wenn es schlecht war panzer bräuchte hier mal ja okay zum schauen ich habe gedacht werden die ganze rassierende ausrüstung wir müssen runter stimmt hier zu diesen dinges bums wo man da hinten ja mhm 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 ah ja wir können direkt verkaufen Wo kann man das nochmal mit Dingens machen? Mit dem Jagdtrupp. Das war nicht in dieser Stadt. Ein bisschen eher zur dritten Flotte. Forschungsbasis. Hm. Oh mein Gott, ich habe keinen Bock. Achso, nee, das ist er. Nee, hey, wo war es nochmal? Keine Ahnung, wo es nochmal war. Naja, egal. Laber mal mit der. Grüße. Bist du bereit, in die Tiefen des Tages der Verwesung vorzudringen? Ja. Es ist an der Zeit. Zuerst schauen wir, ob wir aus der Luft eine Spur des Zogamaktoras finden können. Wenn wir etwas vielversprechendes finden, schauen wir nach einem sicheren Ort, an dem wir euch beide absetzen können. Na gut, dann mal los. Ich bin gespannt. Aha. Aha. Mhm, mhm, mhm. Jakturentipps. Aha. Ah, so geht das. Also, den Mönchens. Das ist ein, da muss man sein, ah, mhm. Sporenbäuche. Puh. Ja. Ja. Jakturentipp. Das ist atemberaubend. Die wirken so frei. Also, wie ist es am Grund des Tals? Das kann ich nicht sagen. Zwar wissen wir viel, aber haben nur einzelne Fakten und keine Ahnung, welche Wahrheit sich aus ihnen ergibt. Wir wissen, dass der Zora Magdaros dorthin zieht. Aber warum? Die Welt ist voller Geheimnisse, die uns verzehren. Ja, und köstlicher Geheimnisse, die wir verzehren. Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Also landen wir. Oder auch nicht. Ich habe es mir gedacht. Oh. Ein Legianer. Wir haben ihn in seinen Jachtbrücken gestört. Wir sollten uns zurückziehen. Was? Zurückziehen? Hm? Okay. Das war alles unerwartet. Völlig Sekunden. Und dann? Ach, komm, wir ziehen uns zurück. Okay. Wie die die Brille aufsetzen wollte, obwohl die keine hatte, weil ich das andere Kostüm angezogen habe. Man hat auch noch diese Rattern von dieser komischen Brille, Fernglasbrille gehört. Weiß denn, achso. Soviel zur sicheren Landung. Diese abscheuliche Monster ist ein Legianer. Er ist der Herrscher aller anderen Monster hier. Solange er da draußen jagt, können wir nicht zum Grund des Tals der Verwesung. Oh, ich hatte fast vergessen, dass du eine Ärgerin bist. Wer ist zu viel verlangt, wenn du den Legianer jagen würdest, bevor wir wieder vom Himmel geholt werden? Nimm Legianer, verkörperte Eleganz, an. Verkörperte Eleganz. Pffäh. Es war ein Legianer. Du erinnerst dich an ihn, oder? Es ist das gleiche Monster, das uns im Tal buxiert hat. Und das gleiche Monster, das auch für den Absturz des Luftschiffs des dritten Flotte vor vielen Jahren verantwortlich ist. Wenn wir es nicht erlegen, kriegen wir die Forschungsbasis nie im Tal der Verwesung. Ich hasse das Wort nie. Du nicht auch? Komm, lass uns diesen Legianer erlegen. Langsam und vorsichtig. Oh, alles klar. Und ich würde sagen, dass wir mal in den nächsten Port. Oh, Stufe 5. Aber so schwer sieht ja nicht gar nicht aus. Aber wenn das als Stufe 5 markiert ist, mal schauen. Ich werde mich jetzt verabschieden und wir sehen uns dann im nächsten Port. Tschüss. Und das war ich. So, Hola.